Halli hallo, wie geht's denn so Skulli das wieder da zu Fortnite? Schwarze Mann entlang ging gleich ins Gefecht. Also ich habe mir überlegt, ich mache daraus immer so 20 Minuten Folgen ohne Begrüßung meist aus dem leichten Grund. Ich muss das nachher dann nicht so im Nachhinein schneiden, ich war jetzt nicht bevor. Also die Folgen werden so sein, ich werde einfach nach der, sobald der Time abgelaufen ist, kurz mal die Klappe halten, einen Cut setzen und dann beim nächsten losgehen. Scheiße. Ich hoffe nur, ich habe die Weckerlautscheibe nicht zu laut. Und geh halt auch so kacken. Warte mal ein Bild schicken, dass du dir nach der Aufnahme angucken kannst. Ja, die Aufnahmen könnten ein paar Stunden gehen. Ja, das kann ich nicht. Also wenn ich mal nachdenke, müsste es mindestens eine Stunde und 20 Minuten gehen, dass ich eine Woche habe. Oder? Nein. Nein. 4, 5. 5 mal 20. Das sind... 100. Ja doch. Passt. Müssten wir jetzt eine nachschütteln. Achso, du willst wieder zum Brack. Ja, das ist die beste Stelle für dich. Dann würde ich sagen, wir springen sofort ab. Ja, ich suche einfach mal den Berg. Wo ist denn hier? Du hast ihn doch markiert. Oben hast du ein Navi, falls du... Oder... Kein Navi, eher so ein Kompass. Ja, das ist... Das ist... Du hast ihn gefunden? Ja, ja. Ich auch. Ich auch. Also, ich sehe schon mal... Bist du bist so... Weitaus tiefer wie ich und da bin ich gerade auswunden. Ich bin runter. Hier ist ja nur eine Kiste. Toll ist das so, warte. Du kriegst die Waffe. Oh, mit der kann ich eh gut umgehen. Warte, warte, ich brauche Panzer und Timo. Da ist die Pistole. Du wirst ja gar nicht hältst. Du guck dich mal. Ja, tatsächlich. Man könnte... Fast nicht erkennen, dass da ein Mensch drin ist. Ähm... Zack, alle, ohne Fall. Ich brauche eine Waffe, da kann ich alle wechseln in der Ecken, alle. Jetzt noch eine goldene Skar, dann hätte ich's alle. Da muss nur eine Falle. Alter, wie der sich schon wieder alles rauslootet. Guck mal, ich hab mal... Das sieht so behindert aus mit dem Gebüsch. Ich dachte, ich krieg die Meldung nochmal, es soll ein Schallgedämpftes... SMG, also Maschinenpistole, eine Schallgedämpfte Maschinenpistole geben. Kacke, wir sind mitten in der Safe Zone. Kann man da jetzt springen? Was ist das? Ja, ich, ich... Trunkfleisch... Ja, ist das zur Richtung. Lauf mal drauf, guck. Ah, das ist wahrscheinlich für Klippen gut, dass man jemanden einfach die Klippe runterkickt und der dann am Vollschaden stirbt. Ach, das hätte ich in die Mitte rein springen. Sonst sieht das gar nicht scheiße aus mit diesem Gebüsch. Achtung! Wollen wir nicht mal weitergehen und ein Loot holen? Ja, ich geh zur Brücke wieder. Ja, wär's nicht so, die Falle noch mitzunehmen? Die kann man nicht mehr mitnehmen. Dann mach ich's halt kaputt. Wie saßt du die dann platziert? Obwohl, unnötig was. Hat schon Spaß gemacht, du. Naja, warte, dann braucht ihr nicht. Gib dir mal. Ich hab schon mit ner Falle nen Killen gekriegt. Außerhalb der Aufnahmen. Jetzt Kai, komm da raus. Man kennt mich einfach gar nicht. Bis auf die Tatsache, dass du glaub der schwarze Charakter bist und da in der schwarze Haarbrach gar nicht so rausschimmert aus dem Grün. Ja, aber auf den ersten Blick geht man's nicht sehen. Kennst du Ritter der Kokosnuss? Schickt uns ein hübsches Gebüsch! Nun sind wir nicht mehr die Ritter, die sagen nie. Jetzt sind wir die Ritter, die sagen hekki hekki hekki. Padang! Hier war schon jemand. Hier war schon ein Kai. Alter! Wieder Granaten. Ich erschieß dich gleich. Ich erschieß dich. Wirklich gleich. Guck mal, wo bin ich? Man sieht mich nicht. Ja, erst recht, wenn man nicht auf dich hinguckt. Aber kommt es hier nicht ein bisschen schräg vor, dass mitten auf einer Brücke ein Gebüsch wächst? Ja, deswegen sage ich ja. Guck mal, wo ich bin. Außerdem sieht es von hinten aus, wie ein Huhn wohl läuft. Bistenhuhn! Ah, ne, der Shotgun, wie kriegst du? Ja, natürlich Shotgun, finde ich nicht. Oh, warte ich auf Shotgun. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Guck hier, hallo, 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 hinter dir, hallo, hallo. Nom 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 nom. Digga, Schrottflinten-Munition. Ich hoffe ja immer noch darauf, keine... Feinde zu finden. Ist doch beschissen einfach. Oh, Ballon aller den, den geil krall ich mir einer mit meinem Wurscht, ey. Du musst dich langsam anschleichen, ne? Naja, und dann von... Das klappt ja sogar noch, das ist ja gerade das Witzige, ne? Ich hab schon welche weg genutzt, aber dann nimmst du dich. Ich sehe nur nicht, wo er runterkommt, das ist es gleich. Ach so, jetzt kommt das die Safe Zone. Alter! Nee, der stimmt. Warte, ich verstecke mich auch mit dem Gebüsch. Mach mal Platz, Junge! Das Bild hatten wir doch so schon mal im Film Cars, oder? Alter, wie das aussieht, guck mal, wenn ich schlage. Na ja, von vorne sieht's nicht ganz so rektakulär aus. Von hinten aber, weil man das Arme nicht ausholen sieht. Ich geh mal in das Wrackhaus, da. Man zieht aber weniger durch den Busch, das ist eigentlich dein Nissen. Es geht doch, da verliert auch Blätter. Wenn man... Wenn man... Wrack verlierst du ihn nach einer gewissen Zeit komplett? Hm, das nicht. Du hast nur ein HP, ein HP Busch. Äh, nice. Was ist? Lila ne Scar. Echte? Lila ne Scar. Warte, 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 das kann ich mitnehmen, warte. Wenn ich wieder austausche, dann... Das ist schlauer. Ich hab mir kurz mal die Money von da hinten. Ich hab einmal die... Ich hab zweimal die Waffe, einmal in grün und einmal in lila. Einer hat so... Eine lilaner Scar. Das sind wir tauschen, weil das ist schlau, aber man sieht nicht weniger. Und die macht mir Schaden. Das wäre etwas schlauer. Man sieht dich aber nur Blätter verlieren, wenn du dich bewegst. Ich glaube... Ich bleibe jetzt einfach mal irgendwo stehen. Ja, aber ich kenne dich, du hörst mir irgendeinen Scheiß für die Scar. Nein, ich hab guckt... Das sieht so beschissen aus, dieses Gebüsch. Ich hab die dann... Ich hab zweimal... Ja, ich geb deine lilaner für eine grüne, also... Das finde ich dann eine legendäre Scar. Da ist eine Schrotflinte drin eine... Ah ne, das wäre auch schon gewesen. Hey, Schrotflinten, die braucht doch ich. Das ist doch ganz schrotflinte, aber... Das ist keine Schrotflinte. Ach so, du hast ja jetzt auch eine Kohl. Ah ja. Warte. Moni und 25 Pansom. Yay. All die hätte ich so nicht verwendet, weil die machen noch 25 Leben, das weißt du schon. Ja, ja, ich hätte es schon oft, aber es kann für mich nützlich sein, wenn ich doch gesehen werde. Ich muss irgendwo mal stehen bleiben, ohne Witz. Wenn ich selbst so ein kleiner wird, wissen wir ja, wo du hingehen kannst. Ich hab halt übelst den Vorteil, ich kann halt nur nicht ein Häuser rein, da wird man nichts sehen. Ja, ich höre schon die Kiste. Scheiße, das ist das Bad. So will ich Kisten kennen, sind die eh immer oben. Auf dem Dach. Du musst auf dem Dachboden sein. Du musst auf dem Dachboden sein. Da. Scheiße. Ich weiß nicht, das ist nicht mehr. Ich glaube ich habe sie gerade zerstört. Was ist das da stört? Ja. Die stand wahrscheinlich hier im Eck so, wo ich jetzt gerade bin, hier oben im Eck. Und als ich den Boden hier abgebaut habe, dann ist die Kiste kaputt gegangen. Weil ich höre sie nicht mehr. Ist das wirklich, Alter, das ist ja bis oben hin vollgepisst. Alter. Boah, das ist... Ich muss ja weg. Willst du, dass niemand drauf, dass wir drin waren? Wo ist Klaus? Klaus! Klaus Kevin! Da Adam, da Adam, da Adam, da Adam, da Adam. Guck mal, wie das es aussieht. Guck mal hinter dir. Offene Türen. Ich lasse sie weg, Alter. Ich sehe sie da hinten bauen. Das Gebüsch hat für uns beide echt Vorteile. Ich kann mich hinter dir verstecken. Mann, mit dem Snipegewehr hätte ich den jetzt umgeschossen. Nicht schießen! Alter! Hättest du nicht mit dem Schießen warten können, bis ich in Deckung bin? Weil wenn die mich sehen, denken die, ich hätte ihr geschossen, dann kommen die auch her. Ja! Lass weggehen, lass weggehen, komm 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 komm. Wieso, ich hab ne Liebe. Hallo. Du musst doch greifen, das ist das Ding. deswegen habe ich gerade die blau wenn das aktor ist geschossen ja 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 durchschnitt gemacht war lang herrn als ich ein busch bekommen habe für die world bush und snipers beste kombination was es auf der welt gibt also erst recht 20 lilanes gäbe es oder am besten eine goldene ja ich weiß noch sieht man mich besser wenn ich so stehen aber es ist immer noch voll blätter war da du musst so gucken in meine richtung weil direkt vor einer fresse ist der blätterhaufen und da kann man dich nicht sehen das ist die auch schon gesehen hat auch ein ganz gemeiner trick einer hatte mehrere medikits und den haben sie mit einer pistole ausgestattet den haben sie mit einer pistole ausgestattet der ist dann vorgerannt und hat feinde getriggert also hat sich offenkundig gezeigt und auch auf die geschossen aber nur waren schüsse oder halt getroffen auch und dann wenn sie ihn angegriffen hat ist er in sein versteck gerannt und dort waren halt die anderen drei stets nur nicht die lösung das lobbyen hier ist einer von der richtung wurde auf die treppe geschossen gegen übernehmen der kümmern möchte wenig drum mit mit vielleicht schon feinde da 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 und ich weiß gar nicht wo du hinkommst du bist ein gebüsch ja ich habe Angst geil beschützend erstmal fett in tequila reinhauen dass ich dem druck stand halte idioten an die ne komm bringt nichts schleich mich von hinten an jetzt hat er dich gesehen ich bin auch gesehen tut mir leid ja ich komme aber ich bin tot bis dahinten du egomane weißt du baut nur kriegt es absolute op versteckt und baut damit nur scheiße weißt du ich sag dir hinten sind feinde was macht klaus er springt einfach von der klippe als wäre es ganz normal im fordnet das gebüsche von der klippe springt ich weiß dass das leben als gebüsch ist nicht das schönste aber von der klippe springt das ist dann doch ein bisschen zu weit meinst du nicht auch ja aber mist sie waren viel zu weit weg ich wollte eine granate reinwerfen dass man jetzt aber den ich wollte deswegen wollte ich mich anschleichen deswegen sind solche basen echt dumm so treten immer die verschließen den weg sie ist eine granate kann es nicht ausweichen ich hätte gern wieder eine sniper weil ich bin ein grauenhafter sniper das sage ich zu jedem aber ich bin ein besserer sniper als jeder in meiner scheiß freundesliste kann auch relativ gut so sagt man gesehen du hattest 17 schuss mit der sniper und hast keinen davon getroffen ja das war ein mann fehl ich musste nämlich ein bild das ist so gut wie jedes mal ist das eher ein wunder wenn du mal trip ja ich muss immer ein bild schicken ich habe einen freunden ich kann mir deine zuerst nicht angucken ich kann mir deine zuerst nicht angucken hey ich bin vor es wird zu früh scheiße ich komme nicht an doch ich bin trotzdem früher da wir nur scheiße nein ich komme mich an war zu früh an Er von uns kommt jetzt als erstes an du bist nilke als nächstes kiste da lassen nein wie viele gibt es überhaupt eine scheiße kein holz mehr keine ahnung aber diese semi auto die mit dem gibt es wirklich nur eine aber die die eine die drei salven schuss macht dies übelst präzise ist das sicher dass du hochkommen willst hier oben ist nichts ja aber kannst du mit einer waffe liegen ich hab nichts kann man den abbauen was ja wir rechnen uns dafür dass man ständig im dreck aussetzt es war selten dass man nicht in der selbst und ist mit dem ort bisher waren wir nur ein einziges mal mit dem ding in der safe zone hat das irgendwas mit ihrer theorie zu tun herr klauen weil sie die leute in der vorhanden kann es verletzt sich das heißt gemacht werden so wird sie denn sie denn gegen die wand auf hauptsache der geil kriegt nix haus vielleicht hat es ein keller keller heißt goldene küste und nächste folge